Was geht ab Leute, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zocken wir mal Mad City auf Roblox, wir sind hier wieder gefangen genommen worden, ne, gar keinen Bock äh, ja, wir kommen hier nicht mehr raus und wenn ihr noch mehr Mad City Videos wollt, dann lasst mal gerne ein Like und ein Abo da ist leider lange keine Videos mehr gekommen, weil man gehackt wird, das ist die wenn man gehackt wird, ja und heute werden wir versuchen und heute werden wir jetzt werden wir dann etwas gebrauchen und bei uns immer wieder aber in diesem Video werden wir erstmal ausprobieren Tipp 2 als Kanal hat da auch ein Video mit mir gedacht und ja die haben wir auch dieses Video gespielt wir werden da ausprobieren und dann werden wir mal genutzt aber genau da können wir das Video nicht machen guckt, guckt es hier unten ab nehmt dann wieder eine Videobeschreibung wie das geschieht und dann werden wir mal mit den outezes Ja, was ist denn vor? Wenn wir einmal rausgehen können wir... ...dann können wir die Töne übernachten. Können wir was kaufen? Ich hab mich nicht heute schon mal. Wir halten uns die Töne mal hinterhangen, weil ich... ...dann kann ich nicht mehr... ...dann kann ich das auch nicht mehr nehmen. Sonst kann ich nicht mehr zu halten. Töne ich nicht mehr? ...und dann? Oho, wir spielen hier so ein Banndrehen von unserem Nürnheim. Okay, dann drehen wir gar mit 14, geht es nach dem Eigentaschen wieder weiter. Das hier ist Werbung. Wir werden in Met City gibt es jetzt einen neuen Gang. Dort gibt man einen Minigang. Und der Minigang kann man sich nicht mehr sehen. Das hier ist Werbung. Wir werden in Met City gibt es jetzt einen neuen Gang. Und so, jetzt geht es mit dem Nummerangiegel weiter. So Leute, da sind wir wieder. Das ist von gerade eben, da wurde Werbung unterbrechen. Werbeunterbrechung. Und jetzt geht es mit dem Eigentaschen wieder weiter. Wir werden heute wieder festgenommen. Ja, das ist ein Rücken, das ist mit dem Eigentaschen wieder eine Ruhe mehr geben. Komm, wir werden hier in die Ruhe mehr geben. da muss man leise machen ja dann schaut man im video gar nichts nächsten teil können wir auch mal superheld spielen superheld oder polizist haben wir eine kiste genommen und pistole ich kann damit einen polizisten holen und der polizist droppt mir dann eine waffe ein schlagstock oder der polizist droppt mir ein ding eine keycard damit ich überall rein kann so aber erstmal müssen wir auf unabfällig tun sonst irgendwann schießen wir uns ab und dann sind wir tot ich darf meine waffen nicht rausziehen er denkt ich falle auf seinen trick rein er hat mich festgenommen wie schnell geht das immer was geht das ist mein freund was geht ich verprügel jetzt ein polizist oh der ist mein freund der mit mir mal einen polizisten verprügelt und dann haben wir so eine keycard rausbekommen sind ausgebrochen und haben dies und das gemacht ihr wisst bescheid so wie es ein typ eben machen muss diese taktik habe ich schon mal gemacht und dreckig am penner er denkt ich kenne die taktik nicht jene schreien er gehen nicht rein gehen nicht rein er denkt schon auf seine taktik oh mein gott unser freund hat ihn aufgenommen wenn ich mich einmal hier rein lassen nicht ich drehe durch sie ja ich bin Modell er curling das sie jetzt auch chocolates um scheity Herr mein ich mein Hey, wie kommen wir hier rein? Egal, Leute, dann versuchen wir eben was anderes. Das ist meine Chance, lange. Mach die Tür auf. Und? Hier. Wie kommt raus? Nein, 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 nein. Nein, ich bin tot. Mann, ich war so close draußen. Was geht? Sorry, reingesperrt, Roboter. Rass mich mal raus. Ey, Mann, ist zwar gerade so close. Ey. Ich kenne dich gleich. Ey, der verdient so dreckig Geld. Nein, 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 noch mich zu killen. Nein, nein, nein. Das lasse ich nicht. Ey, auf den Polizisten habe ich irgendwie gar keinen Bock. Alle, 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 alle abhauen. Ey, die sichern das da draußen richtig ab, Digga. Ja. Wir können nicht normal rauskommen, das ist schon mal sicher, das ist schon mal sicher. Das sind zu viele Polizisten und ein super und super Helden. Killt den Polizist. Ey, lass den mal verprügeln, den Penner. Ey, der nervt uns die ganze Zeit. Komm, lass den verprügeln. Komm her. Wir nehmen dich, hoppst du Penner. Dreckiger Polizist, ey. Bist du hässlich? Der Spiegel geht kaputt. Weil... Wo ist der? Hä? Was sind das für Ehrenhose? Er... Er kennt sich selbst. Verprügelt ihn! Verprügelt ihn! Mann, schon wiederverkackt! Er wurde gerade auch mit mir festgenommen. Das habe ich genau gesehen. Wir werden so ehrenlos festgenommen, ne? Ey, Lockpick, Alter, wo kann ich den Lockpick benutzen? Ich weiß nicht. Okay, die verschaffen mir Zeit. Ich habe einen sicheren Plan, Digger. Wenn der nicht funktioniert, dann habe ich keine Ahnung, ob man die überhaupt heute ausbrechen kann, Digger. Der muss eigentlich funktionieren. Wo ist eine... Hä? Ich glaube, die Map hat sich verändert oder so. Ja, die Map hat sich jedenfalls verändert. Das heißt, dass ich jetzt nicht weiß, wo man den Lockpick benutzen kann. Aber eigentlich habe ich das früher gewusst. Ich weiß aber nicht mehr. Aber jetzt weiß ich nicht mehr. Schade, du. Wir brauchen irgendwas, um auszubrechen. Leute, für mehr Videos, lasst mal! Leute, lasst mal! Lasst mal! Leute, lasst mal! Lass mal! Lass mal ein Abo! Da! Lass mal ein Abo und ein Like dafür. Für mehr Mad City Videos. Hey, Mann! Die Map hat sich so scheiße verändert. Jedenfalls kann ich hier... Nix tun. Puh, früher war ich der größte Pro mit Lockpick, Digger. Mit Lockpick bin ich eigentlich immer rausgekommen. Ich hoffe, ich kann mir ein Messer und eine Pistole craften. Ein Messer ist eigentlich immer besser. Ey, wenn dieser Plan jetzt nicht funktioniert, ne? Erstmal versuchen wir... Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo den Lockpick benutzen könnten. Nein, hier geht's auf jeden Fall nicht. Dann brauchen wir jetzt den Squirrel Driver. Der ist unsere einzige Rettung. Leute, wenn das nicht funktioniert, müssen wir in der nächsten Folge weitersehen. Auch wie wir aufsprechen. Ja, schade, schade, schade. Das wird jetzt richtig krank nochmal. Leute, das ist meine einzige Möglichkeit. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, packe, ne? Dann habe ich heute vergeguckt, Digger. Digger, dann ist heute wirklich nicht mein Tag. Mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Nochmal. Nochmal einen Stein gefunden. Irgendwo hier kann man noch etwas benutzen. Da! Nein! Früher hat man dafür einen Squirrel Driver benutzt. Jetzt braucht man einen Hammer. Ja, schade, Digger. Mal gucken, ob ich hier einen Hammer finde. Wenn nicht. Ja, dann habe ich Glück. Aber ich finde keinen. Okay, Leute, wir müssen jetzt einfach nur suchen, wo wir den Lockpick benutzen können. Das ist jetzt erst mal meine einzige Möglichkeit. Ich muss es einfach versuchen. Ich habe fünf Stück Dinger. Ich habe fünf Sachen. Ich habe wieder Stein bekommen. Kann ich überhaupt etwas anderes kriegen? Schau mal gucken, was ich hier kriege. Ey, nochmal ein Squirrel Driver. Ich habe keinen Bauch, mein Digger. Was ist das? Schade, schade. Ich habe gerade voll Pech, ich weiß. Wisst ihr das, Leute? Wir finden gerade nur das Gleiche. Eine Pistole. Ey, ich habe eine Pistole gefunden. Wenn das keine Pistole ist, dann keine Ahnung. Aber das ist eine Pistole. Ja, Mann, ich habe eine Pistole. Puh, jetzt braucht nur noch einen Polizist, den ich mal hier ein paar Mal töten kann. Wenn der Polizist mir was Hilfreiches droppt, könnten wir aussprechen. Wenn nicht, dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir, wenn wir sterben, dann hör ich auf. Wenn wir, wir müssen jetzt versuchen auszubrechen. Wenn wir sterben, dann beenden wir das Video und sehen in der nächsten Folge weiter. Ihr wisst Bescheid, Leute. Oh, wir haben schon 16 Minuten gedreht. Nice, nice, nice. Das Video dauert schon ein bisschen länger, als ich es erwartet habe. Eigentlich brauche ich nicht. So lange, um auszubrechen. Ey, da sind welche ausgebrochen. Um den... Hey, einfach auf den sicheren Weg. Eigentlich... Der ist so blöd. Oder auch nicht. Hey, hier sind keine mehr. Komm. So, hier... Oh mein Gott, Leute. Da sind ein paar Polizisten und ein Räuber. Da müssen wir den Räuber helfen, natürlich. Geht. Sauber, Leute. Sauber, Junge. Das kommt mit. Das ist geil, Junge. Leute, und das war's mit dem Video. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace out. Ciao. Hallo. Wof NO! Wof. Uf. Wof.